Es wäre wahrscheinlich im Endeffekt schon leichter, das Ganze zu teilen, auch die Verantwortung zu teilen, aber auch Erfolge zu teilen, für sich selber auch zu reflektieren, was ist ein Erfolg? Weil manchmal weiß ich ja gar nicht als Unternehmer, wenn ich da in Anführungszeichen alleine bin, war das jetzt erfolgreich, was ich da gemacht habe oder war es nicht erfolgreich? Wenn ich einen Geschäftspartner habe, der letzten Endes die gleiche Verantwortung ist und wir sitzen an einem Tisch und können sagen, naja, klasse, das, was wir da erreicht haben, das war ein Erfolg, dann fühlt es sich vielleicht auch mehr so an. Hallo Ralf. Hallo Antoni. Heute wird es, glaube ich, so richtig spannend. Okay. Du wunderst dich noch gar nicht, was ich auf Lager habe und zwar spannend insofern, dass ich eine Frage an dich habe. Nur eine? Nur eine. Oh, jetzt aber. Und die ist sehr spannend. Und damit sollen wir einen Podcast füllen? Ich glaube, da könnte man fünf füllen. Oh, jetzt aber. Du weißt noch gar nicht, was ich vorhabe, gell? Nein, ich weiß nicht. Ja. Gar nicht. Sag mal, bist du eigentlich schon erleuchtet? 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 Nein. Warum ich dir die Frage stelle ist, weil mich interessiert und vielleicht auch die Zuhörer, wer ist eigentlich Ralf Kraft? Ist der Ralf Kraft ein Erleuchteter? Ist ein Ralf Kraft ein Macher? Egal, wer ist Ralf Kraft? Und das fühlt wohl unser Podcast. Okay. Wer bin ich und wenn ja, wie viele oder so nach dem Motto? Wir machen es so. Ich stelle dir Fragen. Bist du einverstanden damit? Ja, hau raus. Okay, ich hau raus. Genau. Die eine habe ich schon gestellt. Ihr seht leider das Gesicht vom Ralf mit. Also stelle ich die nochmal. Ralf, bist du erleuchtet? Nein. Oh, da sind jetzt bestimmt ganz viele enttäuscht. Es war so ein bisschen eine Scherzfrage, aber wenn ich jetzt dich so kennenlernen durfte und ich weiß ich ja auch noch nicht so viel von dir. Also da gibt es noch ganz, ganz viele Fragen, die mich auch selber, die mich einfach interessieren. Was bringt dir denn das Leuchten in deine Augen? Da komme ich gleich mit dem Richtigen, ne? Was bringt mir mein Leuchten in deine Augen? Ich meine, ich sehe ja meine Augen in den wenigsten Fällen selber. Ich spüre es immer noch so ein bisschen. Naja, wenn mich etwas begeistert, wenn ich für etwas brenne, wenn ich auch etwas zurückbekomme von einem Thema oder von den Menschen, mit denen ich zusammen bin. Ich glaube, dann werde ich angezündet, ja. Das ist jetzt mal, sagen wir mal, Gesprächsstoff, weil mit Mann kann ich wenig anfangen, aber jetzt will ich wissen, was den Ralf Kraft entzündet oder was den Ralf Kraft wirklich begeistert. Ja, da fällt dir bestimmt eine Sache ein. Ich sehe natürlich, ich habe den Vorteil, ich sehe deine Auge beim Interview oder beim Podcast machen und die leuchten ganz oft, ja. Aber ja, was begeistert dich? Also da fällt mir tatsächlich nicht nur eine Sache ein. Das denke ich. Weil da bin ich gar nicht so wählerisch eigentlich. Also ich kann mich für ganz, ganz viele Dinge begeistern. Da bin ich wirklich gar nicht so, da gibt es jetzt nur, weiß ich nicht, nur Fußball oder nur Mode oder so ein Thema oder nur Füße oder das würde ich überhaupt nicht so sagen. Sondern ich bin da recht viel interessiert. Und dadurch auch kann ich mich in viele Dinge auch reindenken, wobei gar nicht so viel denken, sondern mehr so fühlen. Und ja, kann mit vielen Dingen was anfangen, was draus machen, letzten Endes. Ja, ich bin da schnell inspiriert. Du kannst dich schnell für was begeistern. Ja, im Endeffekt ist es genau das. Es inspiriert mich und dann mache ich was draus. Für mich natürlich oder für das, was halt dann im Moment gerade da ist oder die, die da sind. Aber ich versuche das zu nehmen, was da ist, mich da reinzufühlen, was da kommt und dann das Ganze galoppieren zu lassen. Und das funktioniert eigentlich auch immer ganz gut. Also das heißt, wenn ich jetzt mal so mit meinen Worten sage, wenn was in deinem Leben auf dich zukommt, das fühlt sich jetzt mal noch nicht so begeisterungsfähig an. Also die Sache an sich zuerst einmal. Aber dich begeistert die Sache, die im Moment sich noch nicht so gut anfühlt, umzuwandeln in was, wo deine Augen zum Leuchten bringt. Stimmt das oder habe ich das richtig erfasst? Ja, das ist mit Sicherheit so die Grundmotivation dabei, genau das immer wieder zu erreichen. Also immer wieder dieses Leuchten zu erreichen. Und das ist natürlich nicht von vornherein da. Das ist richtig. Weil ich schon auch einer bin, der dann Dinge ändern darf oder ändern kann oder ändern will. Und jetzt nicht alles so für mich, für meine Welt so gegeben hinnimmt. Schon auch mit einer gewissen Gelassenheit, aber immer auch mit dem Blick aufs Potenzial. Und dieses umzuwandeln, ich glaube, das macht dir Freude wahrscheinlich. Das bringt dir das Glänzen in die Auge, dieser Prozess an sich. Ja, ich suche schon immer wieder die Challenges, das stimmt schon. Also immer wieder die Herausforderung, immer wieder zu gucken, okay, wo kann ich das Potenzial sozusagen hier noch schöpfen? Und wo kann ich da noch was optimieren, verbessern? Wobei ich überhaupt nicht behaupten würde, dass ich ein Perfektionist bin. Würde ich auch nicht sagen. Aber so, dass es halt für mich passt und dass es sich für mich stimmig anfühlt, da bin ich dann schon immer am Drehen sozusagen. Also das heißt, du nimmst dich also immer zuerst mal als wichtigste Person, egal was in deinem Leben passiert, also was du jetzt gerade vorgelegt bekommst vom Leben, dann schaust du das schon mal, was passt für dich am besten, damit es dir gut geht damit. So, dann bist du das richtig verstanden. Ja, diese Bedürfnispyramide, die verfolge ich schon, ja. Das ist natürlich grandios, das ist nachahmenswert, oder ja, also einfach, das ist ja, das können, würde ich mal sagen, nicht so viele Menschen. Ich stolper da immer auch, also ich bin da nicht gerade Künstler drin, ich versuche das immer wieder, ja, und ja, schaffe das am einen oder anderen. Aber wenn du sagst, du kannst dich immer wirklich selber fühlen, wo du gerade stehst und wo du hin willst, das riecht nach Zufriedenheit, ne? Meine Haltung ist halt die, dass der Einzige, der sich wirklich adäquat um mich kümmern kann, bin halt ich. Ja. Und deshalb mache ich es halt, so. Und ich bin auch derjenige, der sich nur um mich kümmern kann, ich kann mich nur bedingt um andere kümmern, so. Und klar, ich achte natürlich auf die anderen und ich schaue, was die anderen für Bedürfnisse haben und schwinge mich dann darauf ein. Aber ich kann nicht die Bedürfnislage von anderen riechen oder erkennen oder vorwegnehmen, was auch ganz oft passiert. Die nächste, da knüpfe ich da die nächste Frage an, was mich interessiert ist, vertrittst du dann auch immer oder oft deine Meinung, deine richtige Meinung und kannst du die wirklich auch laut äußern, auch wenn du genau weißt, das geht, ja, das kommt nicht so gut an oder es kommt auf Gehgewehr oder die Leute bleiben, ja, sind wütend oder sonst irgendwas. Bist du jemand so offensiv in dem Punkt mit der Kommunikation? Ich kann das, ich mache es nicht immer, weil es auch nicht immer Sinn macht. Also ich mache es immer nur dann, wenn es für mich tatsächlich auch auf potenziellen fruchtbaren Boden stößt. Also das heißt, du kannst da auch reinspüren, ob das wirklich Sinn macht, dass man die Energie da verschwendet, sage ich manchmal schon, oder ob man die reingibt. Das ist ja eine hervorragende Gabe. Genau, also für mich kläre ich immer vorher ab, will ich sozusagen dieses Fass aufmachen oder lasse ich es zu, weil es sowieso nur drin schimmelt und gärt, ja, und dann nichts Leckeres rauskommt. Und dann entscheide ich, ob ich das dann auch mache oder nicht. Also das heißt, du gehst schon immer so in dich, ja, wenn es um Entscheidungen geht oder, ja, um Veränderungen, wie auch immer, dann machst du das alles ja schon mit dir selber aus, ne? Ja. So, verstehe ich das, ne? Ich bereite das erstmal vor, ja. Okay, bis du dann wieder nach außen gehst und dann den nächsten Schritt machst. Ja. Also das heißt, wenn du mit jemandem, egal mit wem, kommunizierst, dann tust du deine Worte schon bedacht wählen. Kann man das so sagen? Oder bist du auch so wie so ein Kind, wo raus spudelt oder? Ja, das kommt wirklich aufs Thema an, kommt wirklich drauf an, worum es geht. Bei uns jetzt kann ich das mal, wenn ich darf, also. Wenn du darfst, also wenn ich Antone den Stock sage. Ja, wenn du erlaubst, wie das bei uns ist. Da ist es tatsächlich so, wenn du mir was erzählst, wenn du dich irgendwie öffnest in irgendeine Richtung, dann spüre ich tatsächlich etwas. Also da spüre ich irgendein Gefühl oder irgendeine Richtung oder und die Worte muss ich dann gar nicht groß wählen oder vorbereiten oder überdenken oder sonst irgendwas, sondern die kommen dann. Und die fühlen sich auch authentisch an, also die fühlen sich dann wirklich auch echt an und die fühlen sich so an, als würden sie aus der Gefühlsecke kommen, sage ich mal so. Ja, aber natürlich in anderen Situationen, wenn es ums Geschäftliche geht oder wenn man gar nicht so eine Beziehung hat, in Anführungszeichen, dann kann das auch natürlich kopfgesteuert sein. Und dann kann das auch so sein, dass ich meine Worte weise oder wähle und auch so ein bisschen abwäge, okay, was sage ich jetzt als nächstes? Ja, und ich glaube auch, dass ich da im Kopf recht schnell bin, also dass der Kopf da ziemlich frisch ist oder fit ist, tatsächlich dann auch schnell zu reagieren, sodass es nicht so aussieht, als wäre das so, sondern da bin ich, glaube ich, auch recht spontan. Also das heißt, dann ist die Verbindung zu den Menschen auch immer ganz wichtig, so wie ich das raushöre, dass du, wenn da eine Verbindung gibt, bei Menschen hat man eine starke Verbindung oder man hat weniger starke Verbindungen. Und wenn die dann aber nicht so da ist, die Verbindung, dann bist du eher im Kopf oder? Naja, es gibt ja Situationen oder Strukturen oder ja, einfach Beziehungen, da ist es halt einfach auch nicht so, von vornherein erst mal. Und vielleicht will man es auch gar nicht, also vielleicht ist es einfach eine distanziertere Beziehung, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, mit einem Businesspartner irgendwas zu besprechen oder vertraglich auszuhandeln oder in solchen Situationen. Oder auch, wenn es darum geht, mit einer Lehrerin von der Tochter oder so was zu besprechen, dann ist es ja auf einer ganz anderen Ebene, ja. Und da ist es ja auch diese Sie-Ebene, wo ich mich auch sehr, sehr schwer tue, tatsächlich. Mit der Sie-Ebene? Schon, ja. Ja? Okay. Ja, ja. Also ich bin gerne schnell beim Du, auch im Geschäftlichen gerne schnell beim Du, ja. Und nur wenn es wirklich notwendig ist, bleibe ich beim Sie. Okay, also das ist aber keine Gemeinsamkeit, weil ich tue mich mit dem Sie leichter als mit dem Du. Ah, ja. Ja, obwohl ich eigentlich in der Du-Ebene immer war, ja, als Physiotherapeut, irgendwo Kollege, immer alles per Du. Da tue ich mich manchmal schwer. Also ich habe das tatsächlich, als ich in den Staaten war, in den USA, während dem Aufenthalt, hat es da bei mir so ein Stück weit Klick gemacht. Ja, der Amerikaner sagt ja nicht, you can say you to me, weil es da gar nicht so, diese förmliche Ansprache gibt in dem Sinne, ja. Die sagen ja alle Du und so weiter, von vornherein immer. Und ich fand das irgendwie cool. Also ich fand das irgendwie, das ist irgendwie so eine Ebene, die irgendwie den Einstieg leichter macht. Die es irgendwie schneller in eine Verbindung bringt. Weil dieses Sie finde ich schon, und klar, es gibt natürlich Zwecke dafür, wo ich das auch verstehen kann, dass das Sie dann aufrechterhalten wird. Aber tatsächlich nur ganz wenige. Ich von meiner Seite aus könnte, ja, ich würde behaupten, ich könnte jeden duzen. Ich könnte auch die Lehrerin von meiner Tochter duzen und könnte eine Distanz wahren, ohne dass es dann zu nah wird. Aber ich glaube, diese Sie-Ebene benutzen halt viele auch, um diese Distanz einfach einzuhalten. Genau. Wie so eine Hilfe, ja. Ja, also ich brauche den Schutz. Aber ich glaube, ich bräuchte das nicht. Ich bräuchte das nicht. Gut, aber trotzdem, jetzt kommen wir wieder zum Ralf zurück. Und wie du mich erkennst, will ich ja auch den Ralf. Ja, den Ralf Kraft. Wer ist Ralf Kraft? Noch einen, noch ein Ralf. Noch, nee, nee, immer noch, wir sind immer noch im selben Ralf, ja. Immer noch im selben. Was erfreut dich denn an, ja, an Hobbys oder in deiner Freizeit? Was bringt da das Leuchte in dein Auge? Überraschung, Neues, Dinge, wo ich mich vielleicht wundern kann, Dinge, die so ein bisschen weg von der Norm sind oder exotisch sind. Kannst du mal was sagen? Ganz irgendwas Konkretes, konkret. Das ist so ein breites Spektrum. Alles, was mich überrascht irgendwie. Das kann irgendwie eine große Zahl sein oder von irgendwas, dass irgendwas riesig groß ist oder irgendein komisches Ereignis. Absurditäten auch so, solche Sachen. Immer wenn es nicht normal ist. Also ich muss wirklich sagen, also ich kann dich total verstehen, weil wenn ich dich jetzt in die Enge treibe und sage mir, Ralf, sag doch mal was, was du wirklich begeistert hast. Aber ich kann dich total verstehen, weil dir ist die Materie egal. Es geht ja darum, um das Gefühl, dass du dich überraschend lässt, gerne überraschend lässt. Ja, im Prinzip sind da auch Kinder wieder, du bist wie ein großes Kind so, ne. Okay. In manchen Dingen. Das frage ich zu euch, das sehe ich dich, du hast jetzt total leuchtende Auge. Und ich, ja, ich sehe dich schon so, aber nicht immer natürlich. Wenn du dann genau in dieser Freude bist, in dieser Neugierde, ja, in dem, und ich habe natürlich, ich sehe deine Auge ganz oft, wenn man Podcasts macht, da leuchtet ihr Auge. Weil da halt keine Norm gibt. Bei uns gibt es ja keine Normen, wir möchten beide keine Normen, ne. Leicht. Sinnig. Schmerzfrei. Genau. So machen wir es, ja. Aber das ist spannend, weil jetzt sehe ich dich ja, oder jetzt kann ich dich auch besser kennen, ne. Aha. Und ich sehe auch und spüre Parallele. Aha. Und ich könnte mir das wahrscheinlich gar nicht machen, den Podcast, ne. Und ich würde es gar nicht gehen. Wir haben schon Gemeinsamkeiten, definitiv. Viele, viele, viele. Viele, obwohl wir so scheinbar schon ganz anders sind, aber. Auch, ja. Bist du gern auch mit dir alleine? Ich bin auch gern mit mir alleine mittlerweile, ja. Bin ich auch viel in meinem Alltag tatsächlich, dass ich viel alleine wuppe, in Anführungszeichen. Dass ich viel alleine mache, viel alleine entscheide auch. Manchmal würde ich es mir auch ein Stück weit anders wünschen und ein bisschen mehr das sozusagen teilen. Aber im Moment ist es halt nicht so. Und, ja, das bin ich schon, ja. Also du redest auch vom Beruflichen wahrscheinlich, ne. Ich rede auch vom Beruflichen, ja. Ich meine, was heißt beruflich? Das ist ja für mich nicht so richtig zu trennen. Kann ich verstehen, ja. Das ist ja irgendwie so ein Dauerbrenner. Das ist ja auch gut so. Von daher kann ich das gar nicht so richtig trennen. Aber klar, mit dem, was ich mich alltäglich beschäftige, da bin ich auch oft allein, ja. Und da könntest du dir vorstellen, dass sich das auch verändert mal, ne. Also, oder ist es für dich gut, dass du das alleine alles entscheidest und du bist dann so, ich sag mal, ein beruflicher auch gern der Alleinentscheider und derjenige, wo es bestimmt? Ja, auf der einen Seite schon. Also der Verstand würde wahrscheinlich sagen, ist einfacher. Dass du selber entscheidest? Ja, dass ich es halt entscheiden kann und dass da jetzt keiner reinredet und dass ich einfach, ja, das ist ja leicht sozusagen, für mich eine Entscheidung zu treffen, wenn ich das jetzt noch mit zwei oder drei anderen absprechen müsste und so weiter und so fort und dann Kompromisse finden und so. Mein Herz und mein Gefühl sagt allerdings, es wäre wahrscheinlich im Endeffekt schon leichter, das Ganze zu teilen, weißt du, auch die Verantwortung zu teilen. Aber auch Erfolge zu teilen, für sich selber auch zu reflektieren, was ist ein Erfolg? Manchmal weiß ich ja gar nicht als Unternehmer, wenn ich da in Anführungszeichen alleine bin, war das jetzt erfolgreich, was ich da gemacht habe oder war es nicht erfolgreich? Wenn ich einen Geschäftspartner habe, der letzten Endes die gleiche Verantwortung ist und wir sitzen an einem Tisch und können sagen, naja, klasse, das, was wir da erreicht haben, das war ein Erfolg, dann fühlt es sich vielleicht auch mehr so an. Ja, da fehlen die Referenzpunkte, weil alleine das selber steckt, die Ziele und das, was man erreicht hat, dann verschwimmt es oft. Ja, und vor allem, ich meine, wenn ich die Ziele selber definiere, ohne irgendwelche Absprache, ohne irgendwas und dann das Ziel erreiche, ist es dann überhaupt was wert? Ist ja die Frage, weil ich bin ja sozusagen das Zielparameter und ist es dann was wert? Ist es was wert, was ich sozusagen erreicht habe in meinem Unternehmertum? Wenn jetzt da jemand anderes drauf schaut, würde der sagen, boah, klasse, Ralf, was du erreicht hast in der Zeit oder was du erreicht hast jetzt überhaupt, das ist super? Oder würde der sagen, ja, ganz nett? Oder würde der sagen, ja, gibt noch viel, viel mehr so, ja? Und das ist auch immer unterschiedlich von meinem Gefühl her. Manchmal denke ich, naja, schon klasse, was du da machst und gemacht hast. Manchmal denke ich, ja, weiß nicht so genau und manchmal denke ich auch, es hat auch wahnsinnig viel Potenzial immer noch, ja? Und das hat es auch, weil das ganze Thema, mit dem ich mich beschäftige, damit können sich gar nicht genug Leute beschäftigen, ja? Und je mehr Leute das sind, nicht nur ich benehmen, desto fruchtvoller wird es am Ende werden, weil am Ende kann ja ich nur das leisten, was ich leisten kann. Also das heißt, dann bist du schon ein Teamplayer, stimmt das? Würdest du dich so bezeichnen? Ja, von meiner ureigenen Natur würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall gerne ein Teamplayer bin, ja. Okay, dass du aber jetzt halt noch nicht so lebst, wie du es gern hättest. Ja, also in meiner Unternehmensführung ist es halt noch kein Team, aber ansonsten habe ich natürlich schon Teams. Also wir haben Teams der Fußcoaches, ich habe mein Team in meinem Unternehmen mit meiner Mitarbeiterschaft und so weiter. Von daher schon, aber diese Gesellschafterverantwortung, wenn man jetzt über das Unternehmertum spricht, diese Eignerschaft letzten Endes von der ganzen Unternehmung, die ist ja nicht geteilt, sondern die ist ja wirklich 100 Prozent bei mir. Okay, so aber du kennst mich ja letztendlich, was mich aber wirklich noch brennend interessiert, sind ja auch die Emotionen, ja? Ja, das ist ja klar. Ich sehe dich verschieden, manchmal merke ich, okay, gut, du kannst es ganz gut ohne diese Emotionen, manchmal auch berichten, du kannst sehr gut berichten, meine ich so, dich so kennenzulernen. Wie steht es bei dir mit Emotionen rauslassen? Das würde mich interessieren, das weiß ich tatsächlich nicht. Wie sieht es so im Alltag aus? Kann es mal sein, dass du mal wirklich fahrig wirst? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, Klammer auf, Klammer zu. Ich sehe dich immer so sehr gefasst und so, ne? Das hast du aber schon anders erlebt. Einmal, stimmt, das habe ich wieder verdrängt, Ralf. Aber wie sieht es so aus im Alltag? Kannst du auch, wenn ich mal sage, so, aber jetzt ist mal Schluss oder die Emotionen zeige oder fällt dir das eher schwer? Ja, das kann ich schon. Ich kann schon Emotionen zeigen. Ich bin allerdings jetzt nicht, es fühlt sich jetzt so an, ich bin nicht abhängig davon, das zu zeigen. Also es muss nicht sein unbedingt. Es darf sein. Und da ist es auch immer so ein bisschen bei mir die Abwägung, auch mit dem Gegenüber. Macht es Sinn, diese Emotionen jetzt zu zeigen? Für mich und vielleicht fürs Zusammenspiel? Oder lassen wir es halt? In dem Punkt finde ich noch irgendwas spannend. Wie muss ein Gegenüber sein, damit du deine Emotionen vollständig zeigst? Oder dass du wirklich aus... Der muss damit umgehen können. Und das spürst du dann, ob damit umgehen kann oder nicht? Das bewerte ich für mich, ja. Da muss ich ja nicht immer richtig liegen, ist ja klar. Aber das checke ich für mich schon ab und sage, okay, jetzt geht es und nee, jetzt geht es nicht. Also würde ich jetzt mal sagen, hast du die Emotionen unter Kontrolle, wenn man so sagen kann, oder du kannst sie steuern? Ja, ich meine, manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ich noch gar nicht so richtig spüre in dem Moment, in dem ich dann bin, was für eine Emotion das jetzt überhaupt ist. So, ja. Das kann schon schon von vorkommen, dass ich dann im Nachhinein erst merke, ah ja, das hat sich ja so angefühlt, weil ich in dem Moment überhaupt nicht in dem Gefühl drin war. Ja, so. Das kommt schon vor. Aber ansonsten, ich denke jetzt gerade vor allem auch an meine Tochter, weil die das immer wieder, immer wieder rauskitzelt, auch ein Stück weit. Das heißt, deine Tochter ist sehr emotional, oder? Ja, nein. Ich würde sagen, sie fordert von mir immer wieder Emotionalität ein, so. Ja, ja. Oder ich sage ihr, wie sich irgendwas anfühlt, weil man natürlich schon auch aufpassen muss, was sozusagen diese Auswirkung von Emotionen auch bei einem Kind machen kann. Ja, muss man natürlich schon auch immer ein bisschen gucken. Aber ich arbeite immer mehr, oder ich werde da jeden Tag besser, ihr zu zeigen, was bei mir passiert, so. Und ich glaube, da ist sie eine ganz gute Partnerin, um das auch tatsächlich umzusetzen, ja. Kann man so Sparingspartner sagen, ne? Bei Kindern ist es ja ganz eng, da geht es ja gar nicht mehr mit der Verbindung, ne? Okay. Also ich würde sagen, Ralf, wenn ich dich so, ja, doch so erlebe und wir zwei, wir sind ja schon auch eng verbunden, wenn wir das ja machen in Podcasts und da braucht man schon eine starke Verbindung, ne? Dass wir das so alles so machen können, wie wir es machen. Also ich empfinde dich auch sehr als sehr angenehm, weil du eben, das spüre ich ja jedes Mal, diese Emotionen, also du kannst es wirklich erfühlen. Und zwar schon im Gespräch, ja. Und muss ich sagen, da bin ich auch sehr dankbar, ja, dass wir uns da so gefunden haben, weil ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut, ne? Also ich weiß jetzt schon wieder mehr von dir, ich finde es sehr spannend und wenn du sagst, ja, oh, du weißt mal nicht viel, da gäbe es noch viel mehr zu berichten, aber ich glaube, man hat jetzt schon gemerkt, wer der Ralf-Kraft außerhalb der Aktiveinlage ist, ne? Ja, das ist, denke ich jetzt mal, ich würde es so einordnen, es ist eine Note oder es ist ein Geschmack vom Ralf. Genau, genau. Und das ist ja schön, es kann sich ja auch immer verändern. Ja, das sowieso. Das ist immer ja wieder drin im Thema, immer, also uns ist viel Veränderung, oder? Bei dem ganzen Podcast, bei allem. Wenn wir uns in einem Jahr unterhalten, sieht es schon wieder ganz anders aus und so wie du mich kennengelernt hast, war es wahrscheinlich auch komplett anders, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, wie es jetzt ist, auf jeden Fall. Absolut, also die erste Begegnung, muss ich ganz kurz sagen, habe es, glaube ich, schon mal gesagt, aber das finde ich so phänomenal, da habe ich eigentlich gedacht, oh, da habe ich keine Emotionen gespürt, ja, da war es jetzt erstmal so distanziert für mich, ja, und das war für mich so ein bisschen, ja, am Anfang war es, wusste ich gar nicht, wer ist der Ralf, wer ist das eigentlich, der Ralf-Kraft, ne? Und da hatte ich meine Schwierigkeiten das erste Mal, ne, habe die Verbindung auch nicht gespürt, aber das hat sich ganz schnell bei uns gebrochen, ne, oder aufgebrochen, das ging dann recht schnell, ne? Ja, das geht mir auch öfter so, dass ich erstmal bei den anderen einfach so, weiß ich nicht, verschlossen, vielleicht hart oder so aussehe vielleicht auch, mein Gesichtsausdruck ist das vielleicht auch so ein Stück weit, der das so mitbringt, da würde ich meiner Mutter danken, weil Wenn ich, wenn ich die so sehe, habe ich den Gesichtsausdruck von ihr, die ist auch im Prinzip eine total lebendige und fröhliche Person und so weiter, aber wenn du die einfach nur so am Tisch sitzen siehst, so aus der Entfernung oder so, dann hat die, ja, das sieht fast aus wie drei Tage Regenwetter, das Gesicht, aber es passt überhaupt nicht zu ihr und so ein bisschen habe ich das auch mitgenommen, glaube ich, ja, und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass die Menschen, wenn ich mir was von den Menschen wünschen darf, dass die Menschen dann mich stärker herausfordern und tatsächlich auch so nach dem Motto sagen und Interesse zeigen und versuchen sozusagen mich da rauszuholen und zu zeigen, ja, ich habe Interesse an dir, ich will mehr wissen von dir und so weiter und so fort, dann kann ich es nämlich auch, dann kann ich es auch offerieren, dann kann ich es auch hergeben. Und dann kriegst du auch mehr Falten im Gesicht, das ist ja super, weil ich finde immer, ich habe dir, wenn ich dich gegenüber habe, denke ich, mein Gott, Ralf hat gar keine Falten, ja, ich sehe überhaupt keine, ja, aber jetzt, jetzt sehe ich, jawohl. Nee, also es ist schon eine Herausforderung, das stimmt, am Anfang darf man sich da tatsächlich nicht von deinem Gesichtsausdruck irritieren lassen, ja, wobei, das kann ich aber auch, also so, aber nicht so viel wahrscheinlich, dich kann man nicht so gut lesen am Anfang, sagen wir es mal so, ne, auf jeden Fall ist es mir eine Freude, dass man jetzt so ein, ja, dass ich mehr erfahren habe über dich, Ralf, Kraft, und dass man auch ganz viele Gemeinsamkeiten habe und diese Verbindung, das finde ich halt immer auch hervorragend und egal, dass man sich nicht in die Irre treibt, was man jetzt gegenüber, was auf der Mimik macht, äußere lassen wir uns alle zu viel, also ablenken oder einfach zu vielen die Irre treibe, weil das im Inneren sieht ja manchmal ganz anders aus und, also ich bin total dankbar und vorsichtig kennengelernt habe. Ja, ich auch und für mich fühlt es sich jetzt gerade so an, als wäre ich bei so einem Porträtmaler, der mich so als porträtiert, ja, und jetzt so die Silhouette, so ich sag mal, die Kopfsilhouette, die ist jetzt sozusagen fertig, aber ich glaube, das Gesicht hat der Porträtmaler oder du jetzt noch nicht gemalt, also ich glaube, da können wir noch ein Stück weiter hinschauen dann. Ja, da kann man tiefer blicken, ja, hinschauen, sag ich mal, aber jetzt kommt eine Frage noch zum Abschluss, das war ja alles auch viel zu schön, ja, weil der Ralf, Kraft ist nicht immer lieblich, ganz bestimmt, das weiß ich so nicht, doch, doch, natürlich weiß ich das, das ist nicht immer lieblich, eine Abschlussfrage, macht das doch so beim Podcast, oder? Also, was würdest du für deine größte Schwäche sehen? Als eine deiner größten Schwächen, wo du sagst, das will an dem ich wirklich arbeite, das will ich jetzt irgendwann nimmer. Also eine große Schwäche ist tatsächlich immer von mir auf andere zu schließen, das tue ich zu häufig. Also voraussetzen. Ralf, souverän geantwortet, ohne zu schnaufen. Hat schon eine Weile gedauert, also sorry, aber das Adjektiv lieblich kann ich gar nicht annehmen. Das habe ich gesagt, dass du es nicht annehmen kannst, ja. Das hat mit mir nichts zu tun. Ne, das stimmt eigentlich auch wieder, ne. Aber ich wollte auch was rausfordern, ne, wenn man irgendwie so ein Wort bringt, wo die Leute, also wo gar nicht passt, ne, dann auf einmal kommen die Leute raus, ne. Ne, lieblich passt nicht, das stimmt, das stimmt. Also für mich war es ein Vergnüge, dir so kleine Fragen zu stellen, wo doch mit Hintergrund ist, ne. Und vielen Dank für das Interview, für deine Frage beantworte. Gerne und bis bald. Bis bald. Tschüss. Du willst auch die nächste Folge unserer Entdeckungsreise nicht verpassen? Dann abonniere jetzt diesen Podcast mit Herz und Fuß. Dann bleibst du dran und verpasst auch nicht den nächsten Aufbruch zu neuen Ufern. Du willst leicht und schmerzfrei durchs Leben gehen? Dann findest du mehr Infos unter www.stepflex.de und antoniebens.de